Hallo liebe SCP-07-Fans, ich bin Cello, ich bin Luca und wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem neuen Format 1 gegen 1. Ich bin mal gespannt was wir heute spielen hier. Wer bin ich? Super Spiel oder? Was wollen wir machen? Fußball machen oder Musik oder so? Musik, Sänger oder so würde ich machen. Musik, Sänger? Machst du was schweres oder? Nein, du kennst ihn auf jeden Fall oder sie, aber nicht schon anspruchsvoll. Ja ok, dann hau ich auch rein los. Jetzt warte mal, ich muss ihn erstmal hinbappen. Ich krieg Schweizer. So soll ich anfangen oder du? Ja, von du an. Ist meine Person männlich? Ja. Ist meine Person aus Europa? Ist meine Person männlich? Ja. Ist meine Person aus Europa? Ja. Ist meine Person weltweit bekannt? Ähm, weltweit nicht, aber sehr, sehr bekannt. Ist meine Person unter 50? Ja. Hast du ein Lied meiner Person auf dem Handy? Ja. Ist meine Person Teenie? Nein. Meine Person kam nicht aus Europa, kommt unter meiner Person aus Amerika? Ja. Ist meine Person unter 50? Ja. Ich hab schon ein paar Namen im Kopf, aber wie grenze ich mir das jetzt nochmal ein? Ähm. Ist meine Person Chris Brown? Ja. Ist meine Person kurzhaarig? Ja. Ist meine Person, hat meine Person Welthit schon rausgehauen so? Also ein Song, den eigentlich jeder Mensch kennt? Ja, nee. Nicht unbedingt jeder, aber... Weltweit bekannt? Was heißt weltweit für dich? Auf der ganzen Welt kennt man ihn so? Nee, dann schwer. Aber er ist auch kein Weltstar, aber er ist trotzdem sehr, sehr, sehr bekannt. Okay. Meine Person lebt noch, oder? Ja. Ist meine Person Rapper? Ja. So. Ja. Jein so. Ja. Ist er schon lange bekannt? Ja. Also eine Legende, würdest du sagen? Schon eine Legende, ja. Auf jeden Fall. Ich rate jetzt einen Namen. Chris Brown habe ich hier. Dann Kanye West. So dumm hat doch Kinder. Ist meine Person verheiratet? Ähm. Eher nicht. Okay. Schon schwer. Deins ist echt schwer. Du sagst aber meine Person, ist Rapper. Ja. Rappt auch. Auch. Ähm. Ich glaub, dass du die Neuen, die jetzt so neu rausgekommen sind, dass du die nicht kennst. Du kennst dich gut. Er ist schon ewig bekannt. Okay. Also schon... Das ist ähm. Das hab ich mit 10 schon gehört, glaub ich. Mit 10? Ascher. Mit... Ja. Ascher! Ja. Ja, ich bin ein Fuchs. Eine Frage darfst du noch? Okay. Ich sag nein. Das ist meine Person. Deutschrapper unter 50er. Ja. Ich weiß nicht mal, ob du den kennst. Doch. Deutschrapper kenn ich mich eigentlich schon aus. Ja, dann kennst du sie safe. Kommt aus dem Norden. Soll ich das? Hamburg? Jesus. Einser. Jesus. Jesus. Okay. Schwierig. Aber ja, okay. Ja, muss ich schon sagen. Ascher war schon einfacher, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm. Glückwunsch an Luca. Verdienter Sieg für dich. Danke, danke. Ich kann auf jeden Fall heute sehr, sehr gut schlafen. Ähm. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und schreibt mir in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt.